Seid gegrüßt, Gamingfreunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir sind hier in Makedonien und wir sind hier im Haus des Anführers. Es gibt hier ein Ostrakon-Rätsel und das ist hier im Parterre des Hauses. Und es geht um den Helios Gruß. Okay, so, dieser befindet sich hier im Wasser irgendwo. Es ist zwar ein langer Weg, aber ich denke, es macht nicht einen großen Unterschied. Ob wir die Schnelle Reise mitnehmen oder nicht, wichtig ist, dass wir hier mal ungesehen rauskommen. Wundern, wundern, wundern. Punktiles Teinträchtige urrection Okay, Alexios. Das war was hätten wir geschafft. Sozusagen das war eine Waffe to go. Sozusagen eine Waffe zum Mitnehmen. Andere Leute kaufen sich einen Kaffee. Alexios eine Waffe. Ich bin ein Kaffee. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, das war es für Helios Kroos. So, das war es für Helios Kroos.